Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf Eller. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 50 m² beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 700 Euro pro Monat. Falls Sie Interesse haben, kontaktieren Sie uns telefonisch oder via Internet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017